Greetings Manners, dann ist wieder da zu Elden Ring und zwar von dort blauer Tänzerin Talisman. Also ihr müsst, ich bin jetzt ähm, da in Limgrave, wenn's... Da, da wenn's Vierer geht, da ist der Eingang in die Höhle da. Da findest du dann den Ort der Gnade Hochstraßenhöhle und dann geht's zum Boss runter. Ihr seht es, da. Ich bin schon runter gegangen, aber sonst dauert das Video zu lang, es geht ja nur um einen Fundort. Den Boss, der ist Anfangsgebiet, der ist One-Hit normalerweise. Ja, blauer Tänzerin Talisman. Wisst's wo der ist? Also meiner hat seine. Ciao.